Moin! Wie du siehst, ich habe mal wieder Post bekommen, diesmal von Lidheim. Die haben mir Akkus zur Verfügung gestellt, nämlich zwei Stück. Hier von diesen Brand 900 Ampere Akkus. Was ist daran Brand 9? Das sind erstens Group 24 Formfaktor-Gehäuse. Das heißt, man spart damit relativ viel Platz. Das werde ich euch gleich noch zeigen. Sie haben das erste Mal bei Lidheim ein Bluetooth-BMS, das Lidheim selber entwickelt hat. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Worum soll es heute gehen? Wir werden diesen Akkus hier testen und schauen, ob die angegebene Kapazität so funktioniert, ob der 100 Ampere wirklich schafft an Belastung, ob er das auch über längere Zeit schaffen kann. Also wir machen einen Dauerlast-Test, so mit 80 Ampere. Wir werden uns anschauen, wie die Schutzfunktion funktionieren. Das heißt also eine Überspannung, Unterspannung, Überspannung auf Zellebene, Unterspannung auf Zellebene. Hört der Akku bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aufzuladen oder aber auch zu entladen? Das muss man dann mal gucken, was der macht. Also hat er zum Beispiel einen Tieftemperaturschutz beim Laden, was ja ganz wichtig ist, weil die FEPO-Akkus soll man nicht unter 0 Grad Celsius laden. Solche Sachen werden wir testen. Es wird noch zum Schluss, wie immer, einen Kurzschluss-Test geben, um zu gucken, wie der Akku auf einen Kurzschluss reagiert. Und es wird noch einen Überlast-Test geben. Das heißt also, wir werden schauen, ob der Akku auch mit hohen Lasten, also zum Beispiel mit hohen Anlaufströmen, klarkommt und ob der Akku das nur eine bestimmte Zeit lang macht oder ob er diese hohen Ströme auch über längere Zeit liefert. Weil das hatten wir beim letzten Lead-Time-Test nämlich, dass der hohe Strom sehr, sehr lange möglich war und dann musste das BMS bei 130 Grad Celsius ausschalten. Da bin ich mal gespannt hier, ob Lead-Time da diesmal dazugelernt hat. Ja, wenn dich das interessiert, bleibt dran. Du kannst übrigens zwischen den verschiedenen Abschnitten hier hin und her skippen. Ich packe dir da so eine Inhaltsangabe in die Videobeschreibung, sodass du selber entscheiden kannst, welche Teile du dir angucken möchtest oder ob du dir vielleicht auch nur das Fazit am Ende des Videos anschaust. Los geht es! Schauen wir uns einmal kurz hier das Paket an. Ja, was fehlt? Es gibt zwar hier wieder den Hinweis, dass es irgendwas mit Lithium-Eisenphosphat ist, dass das eventuell vor Brand geschützt werden soll, aber es fehlt nämlich hier wieder mal das Gefahrgut-Kennzeichen, das leider überklebt ist. Irgendwann werden das alle lernen. Vielleicht machen wir das auch nur bei den Reviewern so oder bei den YouTube-Leuten. Wenn du da Erfahrungen hast, wie das hier funktioniert und ob da beim normalen Versand hier wirklich dann der Gefahrgut-Aufkleber sichtbar ist, schreib es mir in die Videobeschreibung. Machen wir das Ding mal auf. Ja, und wie immer hier ein kleines Täschchen mit der Bedienungsanleitung, aber hier fehlt schon das Teil hier. Machen wir das wieder rein. Bedienungsanleitung auf Deutsch, hier auf Englisch, Life & Discovery. Das Ganze nochmal auf Deutsch. Einen Quick-Start-Guide. Man sollte übrigens hier isolierende Handschuhe. Aufkleber, EP. Und keine Bolzen-Inflation hier. Zwei Stück sind dabei, aber dafür nochmal extra Unterlegscheiben. Okay. Und halt hier wieder diese schicken Kappen, die hier aber mal wirklich gut passen. Sonst sind die immer sehr eng. Cool. Ja, schickes, kleines Gehäuse in Mattschwarz. Hier gibt es nochmal so ein paar Infos zum Bluetooth. Und das Coole ist, finde ich zumindest, man kann ja den Akku erst wirklich mit Bluetooth verbinden, wenn man ihn auflädt. Das heißt also unterwegs, auch bei der Post, kann niemand quasi euch diesen Akku irgendwie kapern und mit einem fremden Passwort versehen. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir müssen aber mal gucken, wie sich das dann nachher in der Realität so darstellt. Ja, hinten sind noch mal ein paar Warnhinweise drauf. Und es gibt hier auch einen Link zu einem Installationsvideo. Und wir vergleichen den vielleicht mal mit dem H190 Formfaktor von D-Time. Ja, und da sieht man natürlich schon, dass dieser H190 Formfaktor hier, den es hier mit dieser DIN-Klemmkante gibt. Ja, dann fällt natürlich schon auf, dass der hier wesentlich schmaler baut. Dafür ist er ein bisschen höher. Dann so von der Breite her tun die sich jetzt nicht so arg viel. Aber die Länge ist natürlich ja ganz massiv und die Höhe sieht man hier auch. Die hier bewirbt Leadtime speziell dafür, dass das quasi eine Untersitzbatterie ist. Das heißt also, wenn ich die zum Beispiel in der VW T-Serie, also im T5, T6, T4 vorne unterm Beifahrersitz unterbringen möchte, dann müsste das eigentlich ganz gut gehen. Der hier baut etwas höher, hat aber dafür den Vorteil, dass er insgesamt kompakter ist und nicht so viel Luft innen drin hat. Aber das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Ja, und ich hatte ja gerade schon gesagt, ich habe zwei dieser Akkus bekommen. Und man sieht ja auch ganz gut, dass diese beiden Akkus hier zusammen, naja, so breit sind wie dieser hier. Und von der Länge her, wenn man das mal so ein bisschen so aufteilt, dann sieht man, okay, gut, dann ist der hier natürlich kleiner. Aber dafür habe ich hier die doppelte Kapazität. Na ja, gut, wir schnappen uns hier mal den Akku, weil den habe ich nämlich schon mal hier aufgeladen. So, bei dem Akku werden wir jetzt die Kapazität testen und den werde ich noch mal aufladen, damit wir hier, oder vorladen könnte man sagen, damit wir hier auch noch mal die Kapazität testen können. Ja, ich hatte mich ja beschwert, das hier sind ja auch von irgendwelchen anderen Akkus die Schrauben. Und wir nehmen mal hier die Originale. Ich hatte mich ja beschwert, dass mein 13er Schlüssel hier nicht auf die Schrauben drauf passt, beziehungsweise, dass ich das dann festklemmt. Wir gucken mal, ob die hier besser sind. Auch hier rutscht er durch. Also es ist immer noch die Frage, ob hier das wirklich 13 mm ist. Aber der hier hat 13 mm. Und ganz wichtig ist, bitte nutzt, ich weiß, ich bin da nicht das beste Vorbild, aber bitte nutzt nach Möglichkeit isoliertes Werkzeug. Und gerade den hier, sowas ist bei Aliexpress nicht teuer, verlinke ich euch einfach mal in der Videobeschreibung. So, für den Kapazitätstest gibt es hier wie immer den ZKE-TEC Batterietester EBC A20. Dafür gibt es diese tolle Software und da kann man einstellen, was man gerne machen möchte. Wir laden ihn nochmal mit einem konstanten Strom von 6 Ampere plus minus und so lange bis er 14,6 Volt bekommt. Dann geht der Strom langsam runter und zwar so lange bis der Strom unter 1 Ampere fällt. Dann gibt es eine halbe Stunde Pause und dann wird der Akku entladen. Auch wieder mit 6 Ampere und zwar so lange bis der Akku 10 Volt hat. Starten wir das Ganze mal. Tja, der Akku scheint irgendwie voll zu sein. Ich zeige euch das mal. Ich drücke hier auf Start. 15,65 Volt und dann geht er aus. Spannend. Das heißt, wir werden jetzt hier direkt den Discharge-Weg gehen. Wir machen hier 6 Ampere. Cut-off Voltage 10 Volt und gucken mal, ob er sich jetzt entlädt. Jetzt zeigt er auch hier eine andere Spannung an. 13,29 Volt. Gerade war der noch bei 12,8 oder sowas. Spannende Schutzfunktion. Das werden wir uns nachher nochmal genauer anschauen. Ja, ich glaube, das könnte ein relativ spannender Test werden, weil so voll war der Akku eigentlich vielleicht gar nicht, vielleicht aber auch doch. Und ich habe gerade mal schon einen Blick so ganz kurz ins BMS geworfen über Bluetooth. Und das hat nicht so ganz das angezeigt, was ich erwartet hätte, nämlich irgendwie abgeschaltet, weil ich bin schon voll oder so. Sondern es kam eigentlich gar keine Info. Dem werden wir auf den Grund gehen. Ich schnappe mir nachher nach dem Kapazitätstest mal gleich mein Smartphone und wir gucken uns das dann beim Kapazitätstest für den Akku Nummer 2 an. Aber erstmal hier da Kapazitätstest. Den lade ich jetzt nochmal und bis gleich. So und damit ich mir merken kann, welcher Akku welcher ist. Ich habe da hier den zwar mit gelb markiert, aber wir haben ja tolle Sticker. Also hier Explore the Future und der andere bekommt hier den Back to Nature Sticker. So und der erste Akku ist fertig und wir haben hier 104,4 Amperestunden. Ja und damit ihr sie gesehen habt, auch nochmal hier die Entladekurve des Explore the Future Akkus. Ja gut, hier sieht man 104,49 Amperestunden sogar und 1357,37 Wattstunden. Und dann schauen wir mal hier Back to Nature, wie viele Amperestunden der hat. Den habe ich gestern voll gemacht. Los geht es. So, gleicheres Prozedere. Starten. Und los geht's. Ja, beim Back to Nature Akku leider auf den falschen Knopf gedrückt. Hier stand mal 106, irgendwas Amperestunden. Ja, Entschuldigung, das war keine Absicht. Reiche ich nochmal nach. Aber ja, machen wir erstmal die Akkus offen, beziehungsweise wir machen hier den Explore the Future Akku auf. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das funktioniert. Wir setzen uns an, wie ganz Whenever anderen machen wir das Sounddaten. Und in 30 Fran un漏 이건 waren wir. Wir setzen uns an 5000 Kleinen, so dann werfen wir mal zusammen den ersten blick hier rein wir müssen ihn umdrehen und schön kompakt ja und da müsst ihr so schön kompakt sieht aus gucken wir mal ob wir den klotz daraus kriegen habt ihr nicht gesehen das gute isolierte messer in den schrumpfschlauch verpackt hier das gar nicht so verkehrt so dann haben wir den hier mal raus also wie immer hier gut und bündig in so massive schwemme verpackt da hat er letztes mal jemand bei dem video gefragt lassen die sich stark zusammenpressen das hält ja nicht also da muss schon einiges an kraft kommen damit man diese schwemme hier zusammendrücken kann also die halten eine ganze menge aus was sehen wir hier zum ersten mal schwarze zellen okay aber bauen wir mal weiter auseinander ist natürlich wie immer hier mit kleber vollgesüft besser mit kleber voll machen als das die das waren etwas mehr als die 14 jungen meter die man normalerweise für m8 nimmt zumindest gefühlt und hier den potentierten isolations fuß wieder drüber packen ist natürlich immer vorsichtig seine wenn ihr sowas ab montiert ja und auch hier wieder so ein bisschen isolation drüber ich muss das noch ordentlich machen irgendwann mal aber so erfüllt es seinen zweck es ist berührungsgeschützt das muss erstmal reichen so hier sieht man richtig dicke schicht an kleber hier drüber ist auch nach innen hin und auch hier wieder sieht man so laschen wo halt dann hier der deckel so eingeklinkt wird das macht das öffnen natürlich etwas schwieriger aber dafür hält es natürlich auch dichter und ich glaube ip 65 war das ding steht sie hinten drauf steht nicht das sollte man nicht machen hier an den poolen ziehen in diesem fall geht es so einfach raus dass das eigentlich ja sagen kann dass man sagen kann so dass das und dann kann man mit leben das ist in ordnung so und da haben wir das liedheim bms haben wir nicht so da haben wir das liedheim bms vor uns ich brauche jetzt erstmal was zu trinken hier ist es warm und ja wir schauen uns das gleich hier in ruhe so dann schauen wir uns mal an was wir hier für schöne sachen haben fangen wir mal an hier auf der seite das jahr ist wo haben wir ihn da einmal son bluetooth chip ok und was wir sonst noch sehen können ground clock reset also noch mal irgendwie ein kommunikationsport die man hier hat spannend und auch hier ist noch mal so ein kommunikationsport den könnte ich mir vorstellen wenn es da mit leds zugeht dass man da eventuell ein display dran packen kann t3 ja spannend ach t3 das ist wahrscheinlich ein weiterer temperatur sensor und hier haben wir t1 und t2 t2 das ist der hier der geht quasi in richtung bms und t1 der geht hier auf die ecke und ich weiß nicht ob man das sehen kann ist ein bisschen dunkel das müsste ntc sein ja hier haben wir 10 awg kabel 10 awg entspricht ungefähr 5,2 quadrat millimeter an querschnitt das heißt also wir haben hier so pi mal daumen könnte man sagen 16 quadrat querschnitt geht auf einen 25 quadrat kabel die kabel sind hier alle ja mit so schutzhüllen mit temperaturschutz hüllen ja umfasst ob das so notwendig ist ja gut kann man drüber streiten wäre natürlich schön ein dicker querschnitt dann brauche ich diese schutzhüllen nicht wobei die natürlich auch gegen mechanischen abrieb helfen und ja den pluspol da sehe ich den durchmesser nicht das könnten wir mal aufschneiden so kommen wir uns mal an 6 awg 6 awg entspricht ungefähr 13 quadrat millimeter an kabel querschnitt ja man kann natürlich diskutieren ob das reicht auf diese kurzen strecken mag das natürlich gehen da kann man drüber streiten ich würde eher sagen ok eine eine nummer dicker also hier jeweils 9 awg und hier was weiß ich ein 5 awg kabel mindestens oder vielleicht sogar ein 4 awg wäre natürlich sinniger vor allen dingen wenn man bedenkt dass man hier für eine sekunde lang naja 500 per rausziehen kann und 100 ampere dauerleistung da wären natürlich schon dickere kabel besser gut temperatursensor hatten wir hier sind die sensoren für die messung der zellspannungen und vielleicht auch fürs balancing das müssten wir dann mal messen und wir machen gleich mal das unisolierte werkzeuge weg so ich habe das schon mal für euch aufgemacht hier und dann können wir das einfach mal rumklappen und ja wie ihr seht hier schwarze zellen und wir gucken uns gleich mal an was hier die barcode sagen beziehungsweise die qr codes hier erzählen ich habe auch noch keine schwarzen zellen gesehen also wenn ihr irgendwelche ideen habt was das sein könnte hier natürlich zellpole wieder verschweißt ja so und wir gucken uns hier mal die barcodes an wie immer auf der google power website und hier sieht man coach ist in ordnung länge ist in ordnung aber hier batterie typ und kapazität unbekannt 27 september 2022 wenn das stimmt also recht alte zellen auch hier code ist richtig 27 september 2022 das war's an informationen dann die nächste zelle ja 13 september 2022 und auch hier wieder 18 september 2022 ja prima und wir werden jetzt gleich den akku aufladen und ihn für den dauerlast test beziehungsweise den überlast test vorbereiten beim aufladen werden wir gleich auch mal gucken ob hier die niedrig temperatur abschaltung funktioniert und hier auch die hochtemperatur abschaltung funktioniert gucken wann er abschaltet und ja was wir machen müssen ist hier einmal die zellspannungen zu beobachten mit einem externen gerät warum das so ist zeige ich euch gleich so ok jetzt schließe ich hier mal ist er noch einfach per endersen stecker das ladegerät an ok es tut sich noch nichts das ladegerät leuchtet einfach rot und es geht auch einfach nichts rein doch spannend das heißt wir müssen uns hier mal anschauen welche spannung wir hier haben des akkus das mal spannend so wir müssen erstmal hier einfach mit den tastköpfen direkt an der batterie gucken wir mal was wir hier haben und haben eine spannung von 11,71 volt das wäre ja cool so und dann gucken wir mal hier nur hier bin ich hier hinten nach dem bms und schauen wir mal was das bms uns anzeigt ja 0,161 volt das ist zwar nicht schlecht aber wenn ich natürlich hier ein ladegerät habe das nicht ja quasi tief also das nicht dazu fähig ist nach einer tiefentladung den akkus zu laden aus sicherheitsgründen dann ist natürlich klar warum das hier nicht funktioniert also ja einmal um basteln wieder und dann machen wir das mit dem zki tech und geben ihm da erstmal initialen shops blöde ist jetzt natürlich auch dass ich per bluetooth hier nicht drauf komme weil das bms sich quasi schlafen gelegt hat was natürlich eigentlich auch nicht verkehrt ist weil so ein bms braucht ja auch quasi einen gewissen strom damit es quasi seine funktionen ausüben kann und auch hier für bluetooth und so und das natürlich dann gut dass das bms quasi dann den akku nicht leerlutschen kann also so von der seite her ist das durchaus perfekt in ordnung ok das bms haben wir jetzt ja wieder zum leben erweckt ich habe es leider nicht aufgenommen entschuldigung mit dem zke tester den kann man auch nutzen wenn der akku zum beispiel hier wirklich tief entladen ist und die meisten ladegeräte können das nicht müsste man natürlich mal dann wenn ich diese beiden akkus bei mir ins auto ein baue mal testen den akku komplett leer zu fahren und ob dann zum beispiel der viktron mppt regler ja die batterien wiederbeleben kann das wäre mal eine spannende frage explose future da muss ich hin so vielleicht war ja auch gerade da mir war ja nicht so auf jeden fall bin ich jetzt drauf und wir schauen uns einmal kurz hier das bms an steht auf bereitschaft 0 watt leistung 0,0 ampere strom 11,7 volt spannung 1,0 ampere stunden kapazität informationen zur batterietemperatur wieso hat er das in fahrenheit das stellen wir einfach mal um irgendwo einstellen hier konnte man die temperatur auf grad celsius stellen gut ok so ja und jetzt noch mal das ganze temperatur hier unten 23 grad celsius anzahl der zyklen einer firmware version 1 4 0 so ausgleichen was kann ich denn da nachgucken da kriege ich einen schönen hinweis dass die balance dass die batterie balanciert ist beziehungsweise dass der ja genau dass hier halt das bms balanciert ist ja gut nicht verkehrt dann hier die zellen und da wo man jetzt eigentlich erwarten würde okay ja zeigt die zellspannung an gibt es hier eine ihre batterie funktioniert optimal das war jetzt nur mein multimeter und ja das bms läuft auch einwandfrei ja schön ja leider kann man halt hier die zellen nicht sehen also die zellspannungen was schön ist was ich euch noch mal später zeigen werde wenn ich das gerät oder wenn ich die beiden akkus bei mir ins auto einbauen ist man kann hier ein batterie system hinzufügen so dass man halt beide batterien immer ja zusammen anzeigen kann das lassen wir jetzt aber erstmal sein das ist eigentlich eine sehr coole funktion aber wir schauen uns jetzt hier mal die batterie explore the future an und ich bastel noch mal fix um und pack jetzt das ladegerät dran so und da das bms natürlich leider keinen blick auf die zellspannung erlaubt machen wir das natürlich selber so so und zwar gehen wir hier mit nummer eins an den minuspol dann nummer zwei geht hier an den pluspol das bms legen wir vorsichtig wieder drauf hier haben wir das messgerät dafür ich verzichte mal drauf durch zu messen und den können wir hier mal oben drauf legen so und hier sieht wir sehen wir wir haben denn ja voltage drop unterschied von 0,71 volt zellspannungen ja seht ihr hier zwischen 2,898 bzw 2,894 und 2,965 volt so das ganze laden wir jetzt mal auf muss mal ein bisschen gucken dass wir hier noch mal an die an den temperatursensor rankommen gleich so und jetzt seht ihr am bms schon das nenne ich euch dann gleich rechts ein dass der akku quasi lädt sieht man hier auch aktuell mit 38 49 ampere jetzt wird es natürlich ein bisschen lauter und ja hier steht schon battery status ist not very good das kann ich euch ein bisschen hier heran legen dann seht ihr das mit den 49 ampere vielleicht auch aber das seht ihr ja auch quasi hier so ja vom bms her aus der aus der app ja und soviel zum thema die zellen sind normal ok das zeigen multimeter können wir wieder ausmachen glaube das sollte klar sein dass die leistung hier passt bzw dass der strom hier passt und die leistung auch also fast 600 watt laden wir mit ok und dann gucken wir mal hier tieftemperaturschutz das testen wir mit dem kältespray hier unten ist der temperatursensor für das bms ja und ich mache mal hier die temperatur weiter nach oben so dass ihr das sehen könnt 16 grad celsius haben wir ihn runter gucken wir mal zwei grad minus vier grad so und jetzt hat das bms hier einen orangen status und hier steht under protection niedertemperaturschutz ihr bms hat seine schutzschilde hochgezogen es befindet sich im schutzmodus und jetzt achtung magic ich habe schutzschild durch dringende hände nein ok das ist ein bisschen sehr naja fancy ausgedrückt und jetzt gucken wir mal wann sich das bms wieder beruhigt und das laden wieder zulässt wahrscheinlich muss ich dann hier ja bei 5 grad celsius das doch prima da muss ich mein ladegerät einmal ausstöpseln und wieder einstöpseln aber ich dachte schon ich muss beides ausstöpseln und wieder einstöpseln das ist hier immer ein bisschen doof bei dem ladegerät da würde ich mir einen knopf wünschen aber das erzähle ich da noch mal wenn ich euch das ladegerät in einem test vorstelle so jetzt hat's klick gemacht und jetzt geht's hier weiter volle kanne laden gut und was natürlich noch aussteht ist jetzt zu gucken mit einem stein in heißluft fön wann hier der temperatursensor bei hitze auslöst also 0 grad hier im bms ja war schon prima der abschallschutz wir gucken mal 27 30 grad müssen ein bisschen vorsichtig sein ich habe so nämlich schon mal hier so ein klebeband zerstört ich möchte natürlich die batterie verwenden auch um sie zu testen langfristig für euch so 50 grad 51 grad also ich würde so tippen bei 55 oder 65 grad müsste das bms abschalten also 55 grad nicht also müsste es 65 sein nähern wir uns hier mal ganz vorsichtig der grenze und jetzt hat das bms abgeschaltet wir gucken mal was er sagt under protection überhitzungsschutz ihr bms hat seine schutzschilde hochgezogen es befindet sich im schutzmodus ja perfekt also schon mal daumen hoch die ladebegrenzung funktioniert beim laden wird dann bei untertemperatur und übertemperatur das laden abgeschaltet das ist natürlich perfekt so wollen wir das und ja 50 grad ich habe jetzt gerade nicht genau gesehen und wann es abgeschaltet hat wir machen jetzt hier das ladegerät wieder dran und machen den akku voll das wird jetzt ungefähr zwei stunden dauern und ja ich werde versuchen euch dann gleich wieder mit rein zu nehmen sobald der akku dann richtig voll ist so 98 prozent sind im akku drin wir gucken mal hier 0,006 volt nach oben hin das heißt also schaut ganz gut gebalanced aus und wir kommen langsam in die phase ja wo es richtung 3,65 volt geht ja bis hierhin sind das recht ordentlich gebalanced zellen würde ich sagen ich hatte eigentlich vor hier mit dem kleinen zangen ampermeter nochmal an die leitung zu gehen und gucken ja ob das wirklich dann zum beispiel ein aktiver balancer ist aber ich glaube dass es hier gar nicht notwendig und wenn man so einen blick auf die app wirft man sieht schon das ladegerät reduziert auch so langsam den strom mit 33 ampere wir haben jetzt 14,2 volt spannung und wenn ich das richtig im kopf habe müsste das bms ab 14,4 volt abschalten bin mal gespannt 24 millivolt zell spannungsunterschied ist jetzt auch nicht die welt jetzt sagt hier mein tester okay der batteriestatus ist so durchschnittlich könnte besser sein aber wir sind jetzt natürlich auch schon relativ hoch von der zellspannung her aber das bms zeigt hierbei ausgleichen noch nicht an dass irgendwie ausgeglichen wird und ja es scheint doch über 14,4 volt zu gehen also bis 14,6 schätze ich mal also zelle 3 müsste das grüne kabel sein und wenn ich jetzt hier anlege und das system balanced jetzt habe ich hier bei ausgleichen ja eine info dass es hier balancing aktiv ist aber ich sehe hier nur 0,4 ampere mal gucken vielleicht habe ich da eine andere zelle welche ist denn am niedrigsten die zelle 4 das müsste hier der rote sein und jetzt hat aufgehört das bms sagt mir under protection überladeschutz das heißt under protection also nicht unter genau also wir haben ein überladeschutz und wir gucken mal das bms scheint noch zu balancen sagt er hier zumindest größer machen eigentlich müsste es dann in zelle 4 gehen aber wie sie sehen sehen sie nichts das hier müsste zelle 1 sein da geht auch nichts mehr rein oder raus da sehen wir ein bisschen was das ist die zelle nummer 2 also ganz ganz geringer strom nur 0,07 0,05 ampere das ist so gut wie nix also kann man fast davon ausgehen dass das hier eher so ein passiver balancer ist sogar 100 milliampere 112 milliampere also so ein bisschen scheint hier gebalanced zu werden so ja der nächste punkt ist der überlast test und der dauer belastungstest der wird aber dann erst morgen wieder auf der liste stehen hier bei mir im büro das schaffe ich heute nicht wir haben es jetzt 21 uhr feuerabend und ja morgen geht es dann weiter ich bereite das schon mal vor und ja dann sehen wir uns morgen zum last test wieder so ja ich hätte das ja gerade beim zerlegten akku bei dem hier nicht gezeigt ne hier ist die akku spannung 1,36 7 volt da war hier die interne spannung noch bei 11 volt und ja wir schauen uns jetzt einmal an ich werde jetzt hier einmal den ebc tester anschmeißen ganz kurz und wir gucken mal was dann passiert und ja und jetzt geht er einmal aus der ebc tester und wir haben hier 11,43 volt ja und das ist genau die spannung die jetzt der akku hat das heißt dass wir haben das bms wieder aktiviert und jetzt kann ich hier mit dem großen ladegerät wieder dran gehen weil ich will auch noch mal mit dem zweiten akku hier lasst test fahren um mal zu gucken ja wie sich die temperatur verhält von den zellen und zwar einmal im offenen gehäuse und einmal im geschlossenen gehäuse das glaube ich dass das ganz spannend sein könnte ok glaubt den überlast test werden wir doch noch kurz machen ich blende euch das bms setzt hier ein und für die die es noch nicht kennen hier ein güde heizlüfter der hat zwei stufen nämlich 1,5 und 3,5 kW hier hinten gibt es einen lead time wechselrichter mit 3000 watt der kann übrigens 6000 watt peak für kurze zeit und ja wir gucken mal was hier die zellspannung noch machen ich hoffe ihr könnt das einigermaßen sehen und hier unten hatte ich noch mal hier zangen ampermeter an ja ok das geht ok stufe 1 das sind nur der lüfter und dafür müsste ich natürlich den wechselrichter einschalten spannung baut sich auf und hier haben wir entspannte 3 ampere für den lüfter so und jetzt geht das los wir können uns natürlich auch noch mal gucken wie das bms aussieht wir gehen mal ein bisschen hoch das bms und die lüfter auch noch indischen DMS sagt noch, es ist im Balancing und naja, wir gehen mal auf 1,5 kW. Mal gucken, was er macht. Und er hat ungefähr 10, 15 Sekunden, das heißt also, er schaltet dann über 100 Ampere entsprechenderweise ab. Und jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Genau, Überstromentladungsschutz haben wir hier beim BMS, das heißt, das hat funktioniert. Jetzt wäre es natürlich schön, ah, jetzt hat es geklickt, das BMS ist wieder da und jetzt können wir ihn nochmal einschalten. Wir sind jetzt bei 0, schalte ich jetzt den Lüfter an. Und das Leetime BMS hat ja quasi ein Limit von 500 Ampere für 5 Sekunden, waren das, glaube ich. Und gehen wir mal auf 3000 Watt direkt. So, und jetzt können wir schon mal gucken, denn die Spannung bricht natürlich schon mal ein. Aber er macht es halt ein paar Sekunden. Und jetzt ist er wieder aus. Das heißt also, wenn man Geräte hat, die ja einen hohen Anlaufstrom benötigen oder so, dann ist quasi dieser Leetime Akku prima, weil ich kann bis 500 Ampere, wir haben jetzt natürlich nur bis ungefähr 200, was war das gerade, 264, 280 getestet. Aber das haben wir bei Leetime auch schon anders überlegt, deswegen hier Daumen nach oben hin. Kurzer Anlaufstrom funktioniert super, danach schaltet das BMS ab. Genau so muss das sein. So, für den Dauerlasttest hier leicht geändertes Setup. Statt dem Industrieheizlüfter gibt es hier ganz normalen Heizlüfter. Zwei Stufen, 1000 und 2000 Watt. 1000 Watt entspricht so ungefähr 80 Ampere. Jo, und da werden wir jetzt mal loslegen. Ich schalte mal einmal hier den Wechselrichter schon an. Ich blende euch hier wieder die App ein. Ja, man kann hier so ein bisschen sehen. Ich glaube, das reicht, ne? 2 Ampere haben wir jetzt und wir gehen jetzt mal hier in den Wärmemodus. Schauen wir auch mal, 13,3 Volt haben wir jetzt, ob die Zellen bei 1000 Watt vielleicht so ein bisschen einbrechen, aber naja, so viel ist das nicht. 0,3 Volt nur von der Spannung her. Wir haben jetzt 75 Ampere. Wir könnten natürlich versuchen, wirklich auf 100 Ampere zu kommen. Ich nehme mal den Steinl Heißluftfön dazu. Bin mir nur nicht sicher, ob der wirklich dann auch eine Stunde durchhält. Weil das Problem ist, über 100 Ampere schaltet das BMS irgendwann ab. Gucken wir mal. 103 Ampere, das wird nicht funktionieren. Wir testen das nochmal. Vielleicht macht er ja doch ein bisschen länger. Das BMS selber zeigt so 101 Ampere an, 102. Na gut, das ist ein bisschen unfair und außerhalb der Spezifikation. Deswegen lassen wir das einfach mal. Was wir aber noch testen wollten, fällt mir mal ein, ist natürlich zu gucken, was das BMS macht, wenn die Zellen erhitzt werden. Jetzt muss ich natürlich den Zellsensor finden, beziehungsweise hier den Temperatursensor. Da müsst ihr einmal gucken. Ich glaube, hier war der irgendwo genau da. So, und jetzt machen wir den mal warm. Ich nehme mal einmal hier die Batterie. Ja, gehen. 44 Grad. 46. 60. Oh, immer noch 60. 70 ok reicht noch nicht jetzt haben wir hier die 75 wahrscheinlich gerade überschritten gehabt jetzt fängt ein bisschen an zu pippen und wir gucken mal wann das zurückgeht ab 60 grad geht es hier wieder los ja super was funktioniert schon mal also die wärmeabschaltung funktioniert und wir gucken mal ob wir das hier auf 25 grad minus 100 gekühlt kriegen minus vier minus sechs minus sieben minus acht da muss noch ein bisschen mehr schon ab minus 20 scheinbar dann schauen wir mal wenn er hier wieder loslegt wir können ja mal den alarm angucken hier niedertemperaturschutz das ist so wie es sein sollte jetzt hat es hier gerade gedengelt aber hier ist der wechselrichter ausgestiegen schalten wir an das war dann wohl zu lange ja gut dann würde ich sagen dann lassen wir das ganze mal entladen und wir gucken dann gleich zu ende ja wie sich die zellspannungen auseinander entwickeln also los geht das zeitraffer ja gut dann ja gut dann ja gut dann Bis zum nächsten Mal. Jo, fixer Blick hier auf die Wärmebildkamera und heißester Punkt sind wie zu erwarten eigentlich die MOSFETs hier. Und da wo der weiße Punkt ist, 51 Grad Celsius, so circa kann man sagen. Ja, die Kabel hier mit 45 Grad Celsius, beziehungsweise so ungefähr 48, 49, ein bisschen unterdimensioniert vielleicht. Das könnte besser, wir haben ja noch nicht 100 Ampere, sondern nur 80, da wären natürlich dickere Kabel immer besser. Und die Zellen hier, die Zelltemperatur, 40 Grad, hier 41 Grad an der Seite gemessen. Und wie du siehst, 36 Grad oder 35 Grad zeigt das BMS an. Damit kann man zumindest leben. 6% noch und 0,07 Stunden verbleibende Nutzungszeit. Das wäre natürlich schön, wenn das zum Beispiel in Minuten wäre und nicht in 0,07 Stunden. Das müsste man dann ja wieder umrechnen, aber gut. So, und wir nähern uns der Grenze von 10, beziehungsweise 11 Volt. Wir nähern uns der Grenze von 11 Volt am Wechselrichter. Das heißt, der Wechselrichter wird gleich irgendwann den Dienst quittieren, weil ihm die Spannung zu gering ist. Jetzt müsste er eigentlich gleich anfangen zu piepen. Und ja, schauen wir mal, wer als erstes die Segel streicht, ob das der Wechselrichter ist oder des BMS des Leadtime-Akus. 10,9 Volt kommen noch am Wechselrichter an. Jetzt fängt er schon an zu piepen. 10,8 Volt. Ja, und der Akku hat hier noch angezeigt im BMS 11,2. Zeigt er hier auch. 10,5 Volt. Und jetzt ist hier Ende. Ja, das heißt, der Wechselrichter schützt natürlich den Akku, wenn er bei 10,5 Volt abschaltet. Das hat natürlich was Positives. Aber wir möchten natürlich sehen, wie sich der Leadtime-Akku verhält. Und deswegen werden wir ihn jetzt mit dem EBC-Tester nochmal komplett entladen. So, ich hätte ja gesagt, hier den Back to Nature-Akku, den ich halt nicht aufgemacht habe, den werden wir auch nochmal testen, was die Temperaturen angeht. Und auch natürlich hier mit dem Langzeittest wieder mit 1000 Watt bestellen wir den Wechselrichter hier an. Und dann sollte es genau hier gleich losgehen. So, während das läuft, nehmen wir uns hier wieder den offenen Akku vor. Ja, und er hat schon so ein bisschen abgebaut von den Zellspannungen her. Und wir schalten mal die BMS-Aufnahme dazu. Muss man manchmal kurz wieder aktivieren. Okay, hier gibt es keine Hinweise, dass irgendwas nicht so wäre, wie es soll. Und ja, wir entladen jetzt mal mit 6 Ampere bis zu einer Cut-off-Voltage, sagen wir mal bis 8 Volt. Ich denke mal, der wird früher abschalten, aber man weiß ja nie. Schauen wir mal, wie leer wir ihn kriegen. Das müsste jetzt eigentlich relativ fix gehen. Nur noch 1% auf der Uhr. So, wir nähern uns bei einer der Zellen, nämlich bei der Zelle 3, so langsam den 2,5 Volt. Das ist natürlich ein Abschaltkriterium. Und da schauen wir mal, oder das wäre ein Abschaltkriterium. Und da schauen wir mal, ob das hier wirklich funktioniert. 10,8 Volt des Akkus oder 10,65. Je nachdem, wie man das sieht. Äh, quatsch, 10,75. Und hier sieht man, hier hat das BMS abgeschaltet. Tiefentladeschutz. Das heißt also, sobald eine der Zellen unter 2,5 Volt fällt, ja, hört hier das Entladen auf. Also so, wie es sein soll. Und, ja, das heißt, wir können hier die Batterie wieder einpacken, beziehungsweise wieder zusammenbauen und dann laden. Ja, dann hier bereuten wir mal den Explore the Future Akku für den Kurzschluss-Test vor. Und das macht man natürlich nicht, wenn die Batterie entladen ist. Sondern da muss natürlich schon ein bisschen was drauf sein. Also so 20 bis 30 Prozent werde ich da jetzt mal draufladen. Und stimmt, da war was. Ähm, ja, ich hätte natürlich eigentlich mit dem EBC 20 hier einmal vorladen müssen. Ähm, das machen wir jetzt, glaube ich, einfach mal, ja, auf eine Methode, die nicht so schick ist. So, ja, ich weiß, das macht man so nicht. Aber wir wollen da nur einmal kurz einen kleinen Strom auf den Akku geben. Der hat jetzt nämlich nur 1,3 Volt. So, und jetzt hat er wieder 11,07, so wie sich das gehört. Das heißt, der ist aktiviert und jetzt kann ich ihn auch laden. So, wir sehen uns gleich zum Kurzschluss-Test. Ja, bei dem Setup hier liegen wir bei grob 40, 41 Grad hier in der Batterie. Okay, das ist noch, naja, das ist schon eine ganze Menge, aber auch durchaus noch im Rahmen des Erlaubten, würde ich sagen. Okay, und dann würde ich sagen, brechen wir das hierfür mal ab, weil ich möchte die Batterie hier nicht zu oft leer machen. Ja, und auch hier der Explore-the-Future-Akku hat jetzt 39 Prozent State of Charge. Das heißt, wir machen den Akku jetzt klar für den Kurzschluss-Test. Auf geht's zum Kurzschluss-Test. Dafür nehme ich hier so ein Aluminium-Bar. Die Enden sind nochmal geschützt für meine Hände. 175 Ampere-Sicherung ist dazwischen. Hier hinten seht ihr die Spannung des Akkus. Hier wieder das BMS, beziehungsweise die App. Mal gucken, ob das so passt. Das sieht gut aus. Wir legen hier mal am Plus-Pol auf und sind 3, 2, 1. Ja, Kurzschluss erkannt. Gucken mal, was das BMS hier sagt. Ja, Kurzschluss-Schutz. Und machen wir ihn wieder auf. Und jetzt ist das BMS auch wieder da. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis das BMS wiederkommt. Das finde ich eigentlich sehr praktisch. Also nochmal testen, Kurzschluss-Schutz. Zack. Ohne irgendwie einen Funken zu schlagen. Und dann wieder los machen. Hier klebt auch nichts irgendwie. Und da ist das BMS wieder voll da. Ja, prima. Kurzschluss-Test. Astrin bestanden. Mein Fazit zu diesen beiden Group24-Akkus mit Smart-BMS von Needtime. Ja, die Schutzfunktionen sind alle perfekt ausgeführt. Das heißt also, es schaltet dann ab, wenn es abschalten sollte. 2,5 Volt Zellspannung nach unten hin. 3,65 Volt Zellspannung nach oben hin. Das passt schon mal sehr gut so. Das heißt, der Akku schaltet dann auch selber ab. Was ich nicht so super finde bei der Abschaltung, gerade nach unten hin, ist, dass er dann wirklich durch ein normales Netzteil nicht geladen werden kann. Weil dann ist die Akkuspannung hier so um 1,6 Volt. Das heißt also, da schaltet wirklich das BMS komplett aus. Man erreicht das BMS auch nicht mehr, kann es auch nicht irgendwie anstupsen oder so. Das ist ein bisschen schade. Aber das werde ich dann auch jetzt, wenn ich diese beiden Akkus hier in meinen Minicamper einbaue, einfach mal testen, glaube ich. Um zu gucken, ob das wirklich dann auch ein Problem in der Praxis darstellt. Also, dass man wirklich mal den Akku tief entladen muss. Und dann zum Beispiel mit dem MPPT-Regler von Victron halt die Batterien nicht mehr geladen bekommt. Also da möchte ich gerne schauen, ob dem tatsächlich der Fall ist und ob man dann da irgendwie nachhilfen muss oder sowas. Gut, auch die Temperaturabschaltungen funktionieren prima. Also bei bis minus 20 Grad scheint der Akku hier zu funktionieren. Beziehungsweise bis ungefähr 75, 70, 75 Grad. Ich habe jetzt nicht so 100%ig genau geguckt. Beim Entladen funktioniert das. Bei 0 Grad kann der Akku dann halt nicht mehr geladen werden. Das heißt also unter 0 Grad schaltet hier die Ladung quasi ab und halt auch über 65 Grad Celsius. Ich hatte das ja beim letzten Akkutest schon gesagt. Okay, das wäre mir lieber, wenn diese Grenzen nach oben etwas tiefer wären. Zum Beispiel bei Laden und Entladen so mehr so Richtung 55 Grad oder sowas. Da würde ich mich einfach sicherer fühlen. Aber es ist schon mal sehr gut. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, bei dem, da unten steht er, bei dem H190 Akku, also bei dem ersten Modell, was ich hatte. Da ist halt die Temperatur des BMS bis 130 Grad drauf gegangen. Und da ist dann Leadtime hier wirklich einen massiven Schritt weiter. Das ist übrigens auch der Fall, wenn man sich anschaut, wie die Überlastreaktion ist. Das heißt, ich kann diese Akkus laut Datenblatt bis 500 Ampere für 5 Sekunden belasten. Das heißt also optimal für hohe Anlaufströme zum Beispiel, wenn man irgendwas mit dem Motor macht oder so. Das ist prima. Aber nach 5 Sekunden hier schaltet dann das BMS ab bei zu hohen Strömen. Und das war halt auch bei diesem H190 Akku damals das Problem, dass der das nicht gemacht hat. Und auch da ist Leadtime jetzt wirklich einen super Schritt weiter gegangen. Das finde ich wirklich top in der eigenen Entwicklung. Ja, das kann man eigentlich auch so sagen. Auch die Kapazität passt mit 104 oder 106 Amperestunden. Ich habe ja beide getestet. Von daher ist auch da alles im grünen Bereich. Die Zellen sind ein bisschen auf der alten Seite mit 2022. Aber ich habe ja immer noch die 104 bzw. 106 Amperestunden. Von daher könnte man sagen, okay, ist eigentlich egal. Die sind irgendwie schwarz verpackt. Schwarze Zellen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Auch der Hersteller bei Gobel Power in dieser QR-Geschichte, da konnte man das nicht nachschauen, welcher Hersteller das war. Das hinterlässt so ein kleines Geschmäckle, weil man natürlich auch nicht weiß, wenn der Hersteller unbekannt ist. Ist natürlich auch die Frage, ob man sich auch wirklich auf diese Datumsangabe verlassen kann. Da stehen wir so ein bisschen im Dunkeln. Auch hier Temperatur bzw. Aufbau des Akkus wie üblich innen drin mit Schaumstoff gearbeitet. Es ist natürlich schöner, wenn man innen drin ein Metallgestell hat oder ein festes Gestell, wie wir das jetzt bei anderen Akkus schon gesehen haben. Das ist natürlich noch schöner, aber hier ist der Aufbau, würde ich sagen, auch einigermaßen so weit in Ordnung, dass man halt damit arbeiten kann. Die Platzierung des Temperatursensors, also des NTCs, der war ja so an der Kante des Akkus an der Außenseite. Da ist es natürlich besser eigentlich, wenn man diesen Sensor entweder auf einem dieser Barcode-Flächen klebt oder wirklich zwischen die Akkus packt. Das kann man immer diskutieren, das haben wir ja beim letzten Akkutest auch gemacht. Aber wenigstens ist hier der Temperatursensor an der Zelle befestigt und nicht irgendwo oben drüber auf einer GFK-Platte. Also von daher ist das eigentlich auch schon sehr gut. Und man verwendet hier nicht mehr diese typischen Bimetall-Temperaturschalter, die halt nur nach oben hin auslösen, sondern wirklich einen NTC, der sowohl bei hohen als auch bei negativen Temperaturen im Zusammenspiel mit dem BMS halt die Zellen passend vor zu niedrigen Temperaturen und zu hohen Temperaturen schützen kann. Häufiger Kommentar unter meinen Videos ist natürlich, ah, die Kabel sind viel zu dünn. Ja, viel zu dünn würde ich nicht sagen, sie reichen aus, aber sie werden halt, wie ihr gerade gesehen habt, unter Last schon ordentlich warm. Das heißt also, für hohe Lasten über Dauer würde ich diese Akkus unbedingt nicht nehmen. Das kommt auch eigentlich nicht so häufig in der Realität vor. Also wenn ich koche, sind das meistens maximal eine halbe Stunde und da würde ich sagen, okay, damit geht das. Aber wenn man wirklich eine Stunde lang, wie man hier gesehen hat, wirklich volle Power aus dem Akku ziehen möchte, dann könnte man sagen, okay, die Kabel, die hier verbaut worden sind, also dann direkt an den Zellen, da würde ich mir für die Zukunft ein bis zwei, ja, Stufen dickere Kabel wünschen, damit man da immer auf Nummer sicher ist. Ich hatte ja schon mal hier die 190er Batterie dazugestellt. Man sieht schon, okay, ich spare da einiges an Platz, weil natürlich hier in den Batterien, ihr habt das gesehen, ist relativ wenig Luft, wobei natürlich auch noch rechts und links relativ viel Schaumstoff war. Da hätte man wirklich noch den ein oder anderen Zentimeter einsparen können. Und ja, das ist halt immer das Problem mit so standardisierten Gehäusen. Group24 ist halt ein Standard, der für Wohnmobile aus den USA ist. Das heißt also, diese Akkus ließen sich wahrscheinlich noch einen Ticken kleiner bauen, also von der Breite und von der Höhe her. Aber ich finde, das hier ist schon gegenüber dem deutschen H oder dem europäischen H 190 Standard halt schon eine coole Sache. Da bekommt man vielleicht wesentlich mehr Akkus in sein Fahrzeug, als das mit so einem H 190 Akku der Fall ist. Aber dafür hat man natürlich hier den Nachteil, dass diese Akkus hier dann aufgrund der Höhe, das sind ungefähr 21 Zentimeter, dann nicht mehr unter den Beifahrersitz passen. Das muss man natürlich dann auch beachten. Ich persönlich finde das Format sehr passend, weil das erlaubt mir, diese Akkus hier bei mir in den Minicamper einzubauen. Da werde ich euch dann bei einem der nächsten Videos mitnehmen. Und da werde ich euch auch zeigen in dem BMS die Funktion, mit der man halt diese Akkus zu einem Akku zusammenfassen kann. Das werde ich da mit euch auch noch mal mir anschauen. Das heißt also, wenn dich das interessiert, dann darfst du jetzt ein Abo dalassen natürlich. Und ja, wir schauen uns das dann halt da zusammen an. Wenn du was mit dem Video anfangen konntest, wenn du denkst, dieser Leadtime Akku ist was für dich, ich habe dir den Akku wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich finde, das kann man sehr gut machen. Leadtime hat auch einen eigentlich sehr, sehr guten Ruf, Will Prowse vom DIY Solar Forum. Der empfiehlt diese Akkus eigentlich auch regelmäßig, weil die einfach wirklich grundsolide sind, die ordentliche Leistung bringen, mittlerweile halt auch alle Sicherheitsfunktionen wirklich top sind. Der einzige kleine Wermutstropfen vielleicht, den man hier bei diesen Akkus sehen kann, ist die App. Was natürlich nicht so schön ist, das sieht man auch in der App, das wird, oder in den App Reviews, das wird öfter kritisiert, dass man dafür extra einen Account anlegen muss. Ich hatte ja schon gesagt, okay, es hat aber auch den Vorteil, wenn man dann quasi sich mit dem Account auf einem anderen Handy einloggt, dann hat man die Batterien gleich mit drin, kann sofort connecten und muss da nicht lange wieder irgendwas hinzufügen, was halt auch einen gewissen Vorteil hat. Weiterhin für diejenigen von uns, die natürlich regelmäßig solche Apps benutzen, wir können natürlich meistens sehen, wie die einzelnen Zellspannungen sind. Man kann ja in vielen der Apps dann auch für das BMS die Temperaturen und so selber einstellen. Das kannst du hier alles nicht. Das heißt, das Gerät sagt dir, okay, die Zellen balancen gerade oder das Ding hat abgeschaltet, aus welchem Grund auch immer. Du kannst natürlich die Temperatur sehen, das ist gut, aber du siehst halt hier den konkreten Spannungsunterschied zwischen den Zellen halt nicht. Auch nicht der Einzelzellen oder auch die Spannung der Einzelzellen. Darauf hat hier Leadtime in den Apps verzichtet. Ich habe auch versucht, mit anderen Apps nochmal so, man probiert hier aus, auf hier den Akku zuzugreifen. Das funktioniert nicht. Man denkt ja immer so, ja, okay, Red Audio zum Beispiel oder Power Queen, die bauen ja ähnliche Akkus. Ich habe dann auch mal probiert, mit deren Apps was zu machen. Aber da kam dann halt die Info, sorry, das ist nicht der Akku, den wir gebaut haben. Diese App kannst du hier nicht verwenden. Also ja, funktionieren diese Akkus hier nur mit der Leadtime-App bis jetzt. Wenn du da andere Informationen hast, gerne hier unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du bei einem der nächsten Videos wieder dabei bist, wenn es hier darum geht, diese beiden Leadtime-Akkus bei mir im Minicamper zu verbauen. Da fehlen mir leider gerade noch ein paar Kabel oder Rohrkabelschuhe und Kabel natürlich auch noch. Die sind in Order. Das heißt, das Ganze wird noch ein bisschen dauern, bis das Video kommt. Aber es sind Vorbereitungen. Ich habe alles ausgemessen. Ich weiß, wo der Wechselrichter hinkommt, wo die Batterien hinkommen. Das heißt, das läuft schon mal, wenn dich das interessiert. Ja, bist du dann vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich wünsche dir bis zum nächsten Video, wenn du wieder reinschaust, alles Gute. Ich wünsche dir tolle PV-Erträge, günstige Strompreise, tolles Wetter. Geh nach draußen, geh Rad fahren, wandern, spazieren, was auch immer. Fahr mit dem Camper durch die Gegend. Und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Ich wünsche dir, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.